das ist auch eine sehr freundlich nicht mit mir, ich werde garantiert nicht reinspringen das heißt mal wieder Fahrstuhl fahren ja das ist natürlich ist das jetzt weg die spawnt das einfach ach so, wir wollen glaube ich sogar hier umlang weil das der einzige Weg war alter Schwede der halbwegs vernünftig aussah oder konnten wir hier auch nochmal rein ne, von da kamen wir so, Fahrstuhl hier drauf landen springen, nicht in den Stachel springen hier rüber springen den Penner ausschalten hier ist kein Stachel hier ist der nächste Fahrstuhl hm, das komische grüne Krabbelviech abwarten und zerstören nehmen wir mit ich könnte fast meinen der Hubschrauber hat gerade gekackt ah, was ist denn hier los super konzentriert du scheiß Flammenrad das Ding haben wir du kommst da mal runter du Affe das können wir schon aktivieren aber ich möchte doch glaube ich noch mal hier super ausgeglichen ah, okay gut 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 wir wissen alle wieder wo ich bin nämlich am Anfang das kommt davon wenn man Columbus spielen will das fand der Fahrstuhl nicht so witzig Moment eigentlich müsste der Duke da volles Fund zerquetscht werden komme ich da rüber? ja, natürlich hier mit dem Special Jump komme ich da rüber und kaste hier die vollen 5000 Punkte und dann müssen wir sogar hier rumhühnern shit gut haben wir das geklärt wo kommen wir jetzt raus da will ich eigentlich noch nicht runterspringen das sieht nämlich so aus als würden wir dann nicht wieder zurückkommen aber da kommen wir nicht hoch hier kommen wir auch noch nicht rum also werden wir hier runterspringen wow Matsch Jump springen wir wohl hier runter und ich glaube wir kriegen hier gleich den Gravel Hook da ist er nice ich mag diesen komischen Gravelhaken gut ah da unten ist wahrscheinlich ein Fahrstuhl drin mit dem wir dann wieder nach oben sollen da kommen wir nicht durch ich nehme ja hier eine so eine Cola Dose mit ich sage immer Cola obwohl ich ja nicht Cola hasse ah ok die lassen wir alle mal stehen sehr gut stehen gelassen ich bin super stolz auf mich ha das skillshot und ich laufe an dem potenziellen Bonusraum vorbei der Bonusraum vorbei ok scheiße auf den Bonusraum nein nicht noch scheiße auf den Bonusraum wo kommen wir denn da hin so wie war das hier und dann nee bester Bonusraum ever gut wir sind wieder hier das heißt wir können noch einmal zurück um hier drüben nochmal zu schauen was es hier so für Punkte gibt natürlich wieder Balance sollte es noch sonst geben ich glaube Balance Balance sind 10.000 wert und ich glaube wenn wir wenn wir den Judennamen vollständig einsammeln sind das glaube ich auch nochmal 10.000 oh whatever ähm fahr mit dem Fahrstuhl fahr nochmal mit dem Fahrstuhl äh manchmal bin ich schon so ein bisschen oh das wird ziemlich cool so ein bisschen scheiße ok wir möchten da nicht frei fall ok da kommen wir nicht rüber ähm nicht im freien Fall hier gleich runterfallen irgendwie mal weil wir sonst da durchfallen nämlich was bist du du bist doch bestimmt die volle Energie oder so ja hab ich mir noch gedacht ok völlig da rüber ne scheiß auf die Punkte ganz ehrlich hier geht's noch lang oder kommen wir denn nicht da ist exit haben wir da die volle Energie noch liegen gelassen ja haben wir ne ja haben wir ok gut das heißt wenn wir zum exit wollen können wir eventuell sowieso hier Moment hab ich das richtig gesehen ja wir können da nochmal raus das heißt wir können uns hier todes mutig nochmal ganz nach unten in den Keller stürzen um nochmal so ein paar Punkte abzugripen so da kommt man natürlich nicht mehr raus tröd ist hier noch ein Fahrstuhl da ist noch ein Fahrstuhl schade dass es da nicht raus geht aber das ist wahrscheinlich Absicht ist hier noch ein Fahrstuhl nö ok nein aua 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 der ist ein perfekter Platz gewesen für äh den Glückschriftzug den da nochmal zu verstecken aber nö haben sie sich gedacht nö machen wir nicht das hat schon einmal nicht geklappt ich bin ein super Hoden das muss ich tatsächlich nochmal woa ist das knapp alles hier tatsächlich nochmal hier längs aber ich hab zum Glück schon alles ausgerottet so dass wir jetzt hier ohne Probleme mit voller Energie und unseren drei Powerups das Level verlassen können und wir speichern sofort weil das Spiel mich immer mehr stresst das ist das ist das ist du das ist das ist das ist das ist was man